Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht das Brustbein mal mit diesem Alien-Gerät hier öffnen kann. Das scheint ja super zu funktionieren. Einzigartige Alien-Technologie, so ein Schrott. Weg damit. Da lobe ich mir doch meine Instrumente. Schnappel-die-Schnappel-die-Rupp. Und ich habe noch Ersatzinstrumente, falls ich hier nicht alles wegbekomme. Ja, da habe ich ja immer noch einen Satz Instrumente dabei, um gefährliche Operationen wie diese wiederholen zu können. Weg damit, weg damit. Hier hat sich ein bisschen was verkeilt. Keil, geh da raus! Was machst du denn hier? So, das sieht doch schon besser aus als vorhin. Gib mir die Flosse, Genosse! Juhu! Ah, guck mal hier, im Gegensatz zum richtigen Search-Simulator hat er hier gar keine Arme draußen. Oh, Stift! Hm, lecker! Printstift! Da können wir die Organe wieder zusammenkleben. Guckt! Das ist dann nachher, um den Brustkorb zu reparieren. So, brauchen wir jetzt aber noch nicht. Die Schwester, die Alien-Schwester, die holt das dann nachher wieder vom Boden. Die hebt die das wieder auf und wäscht das natürlich ordentlich. So, jetzt werden wir mal hier ordnungsgemäß den Darmtrakt des Patienten rausholen, reinigen und wieder einsetzen. Auch Operationen in der Schwerelosigkeit oder mit geringer Schwerelosigkeit sind natürlich kein Problem. Aus anderes sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Also, normale Operationen sind ja viel zu simpel für uns. So, damit ist auch das Tierchen hier raus. Was natürlich ein Symbiont ist, der überlebenswichtig für unseren Patienten ist. Denn der hilft ihm, den Sauerstoff auf unserer Erde zu atmen. So. Oh oh, zu tief, zu tief. Ja. Wir holen ihn gleich wieder zurück. Den Patienten. Oh. Hey, was machst du da? Einfach hier rumfliegen? Das geht so aber nicht. Schlawiner. Jetzt schneiden wir hier noch den Darm raus. Da schneiden wir noch den anderen Rest raus. Zack, zack. Komm, alles nicht mehr. Und dafür brauchen wir aber das Ding hier. Und das hier. So. Perfekt. Sieht gut aus. Ja. Operation abgeschlossen. Patient hat überlebt. Und das Alien kann jetzt weiter seine Infiltrationspläne auf der Erde schmieden. Und wir sind natürlich der beste Arzt der Welt. O-Comic. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich mich desinfiziere und sage, es gibt wieder eine neue Folge. Search and Simulator. Beim besten Arzt der Welt. Es ist wieder Sprechstunde. Bei O-Comic. So, kommen sie rein. Machen sich frei. Denn Sprechstunden sind bei mir immer generell nackt. Also, wenn es sich um hübsche Frauen handelt. Wenn es sich um hübsche Männer handelt. Die sollen, überweise ich dann immer zu einem anderen Arzt. Auch bei hässlichen Männern. Und hässlichen Frauen. Nur hübsche Frauen. Nur Models. Ja. So, meine lieben Freunde. Es geht wieder los. Es ist Sprechstunde beim besten Arzt der Welt. Ich bin O-Comic. Der beste Arzt der Welt. Und ihr seht hier eine Korridortransplantation. Hier könnt ihr schon mal sehen. Gibt es ein Herz? Das gerade den Abgang auf den Korridor gefunden hat. Aber das macht nichts. Ich habe hier genug Herzen für diese Transplantation parat. So. Ja. Ein Skalpell. Das lege ich mir hier schon mal bereit. Das brauchen wir dann später. Jetzt brauche ich erstmal was um den Brustkorb zu öffnen. Mal gucken, wo es kommt. Ah, hier. Eine Spritze. Ah, wunderbar. Die Spritze lege ich mir auch schon mal dahin, wo ich sie sehen kann. Oh, hier. Damit können wir auf jeden Fall den Brustkorb öffnen. Du, 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 du. So. Da werden wir auch nicht so viel Blut verlieren. Können wir damit auch den Brustkorb zerstören. Ah, denn wir wollen ja an die inneren Organe ran. Oh mein Gott, er blutet. Der Patient verblutet. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. So gut bin ich normalerweise. Als bester Chirurg, Herztransplanteur, Zauberer und Frauenversteher dieser Welt. Bin ich normalerweise Perfektionist und mache keine Fehler. Fehler überlasse ich den anderen Ärzten. Und ihr merkt schon, auf dem Korridor zu operazieren, das ist ein Fachbegriff, ja, für Operation. Das ist gar nicht so einfach. Das ist selbst für den besten Arzt der Welt eine Herausforderung. Und wie ihr gemerkt habt, wahrscheinlich spiele ich die Sörtchen Simulator App für euch. Werbung. So. Und gleich sollten wir den Brustkorb gelöst haben. Und der Brustkorb ist gelöst. Ja, und das heißt, wir können in unserem Patienten ein wenig Narkosemittel verabreichen. Er wird uns hier nicht verblutet, denn die Welt wird nicht mehr sehr bunt um ihn herum. Jetzt weg damit, hier alles raus. Okay, ich hatte mir doch hier ein Skalpell hingelegt. Für diese doch nicht sehr einfache Operation. Der Magen muss natürlich raus, denn der stört. Er wollte ja eine Magenverkleinerung haben, jetzt kriegt er sie auch. Das Schöne ist, mit zwei Händen kann man auch nebenbei mit der anderen Hand alles rausschmeißen, wenn man mit der anderen noch das Herz in seinen Händen hält. Das muss hier ab. Das muss da ab. Und ja, schon haben wir das Herz raus. Und ein Messer brauchen wir auch nicht mehr. Na, Bob, mein kleiner lieber Freund, wie geht's dir denn? Ich denke mal, das läuft alles ganz gut aktuell. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen was. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Alles runter hier. Schwester, falsche Instrumente, ich brauche ein Herz. Ja, nein, mein Herz, hey. Die haben mir mein Herz weggenommen. Oh, ein Hämmerchen. Messer. Na, kein Herz dabei. Ist hier noch ein Herz dabei? Ah, da fliegt es schon wieder über den Korridor. Juhu. Scheiße. Mein Herz. Wo ist denn jetzt der Wagen mit dem Herz? Komm schon. Schwester, schneller, schneller, schneller. Ich bin hier bei der Arbeit. Ich bin schneller als die Schwestern. Die können uns einfach nicht ertragen. Deswegen servieren sie mir hier immer das Falsche auf ihren Wegen. Dann kann ich statt dem Herz vielleicht das da einfach reintun. So, sieht gut aus. Erlebt ihr? Nee, scheiße. Come on. Ja, genau. Ich brauche das Organ. Hoffentlich sind jetzt hier keine Minion drin oder so. Ah. Ah, nein. Jetzt habe ich das Herz rausgeschmissen. Statt. Statt diese kleinen Teile hier. Mich wundert es, dass er jetzt nicht gesagt hat, Hey, well done. Operation geglückt, Patient tot und so. Oh, da läuft der Bohrer noch. Der ist noch an. Mach mal einer den Bohrer aus. Wenn es nicht schneller geht, muss ich den Patienten hier gerade mal nochmal zurückholen. Das hilft, wenn das Herz draußen ist. Es ist immer besonders gut, hier mit Defibrillatoren das Ganze zu machen. Hm. Nichts. Ah, hier haben wir nochmal ein Herz. Ein Herz, das kann man operieren. Ah. Wo ist das Herz jetzt hin? Ich brauche noch ein Herz. Wir haben doch genug Herzen eingekauft. Dafür habe ich nur drei Milliarden bezahlt. So, Cold Trisha. Stift. Na, wo ist denn jetzt hier Hämmerchen? Na. Herz. Ich brauche ein Herz. Kommt schon. Gib mir das Herz. Wenn wir jetzt hier... Das kann ja wohl nicht sein, dass ihr mir hier mal das Falsche bringt. Was soll denn das? Ich schmeiße jetzt hier alles auf den Boden. Jetzt bin ich wütend. Jetzt verschwende ich hier Gelder in Milliardenhöhe. So, das Ding auch weg. Ah, ist kein Herz mehr drin. Wo ist das Herz hin? Ich hatte es hier reingeworfen. Ich weiß es ganz genau. Es sind keine Herzen mehr hier drin. Ja, doch. Tatsächlich. Ah. Wieso ist das Herz jetzt noch da unten abgeklappt? Wo ist es hin? Das ist ja komisch. Jetzt geht das Herz durch den Patienten durch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich dir irgendwas getan, Bob? Habe ich dir was getan? Habe ich dir was getan? Wenn das Herz da nicht reingeht und ich nicht den Erfolg bekomme, dann muss der Patienthalterin glauben. Und ich nehme einen neuen Patienten. So, jetzt haben wir ein bisschen schneller, Schwestern, mit den Operationsgeräten. So heißt das im Fachjargon. Operationsgerät. So, das brauchen wir nachher schon mal. Das lege ich mir hier aufs Kopfkissen. Immer diese drogensüchtigen Patienten. Hm. Weg damit. Schwester, bringen Sie mir gleich das richtige Werkzeug. Das ist dann die Spritze für mich. Drogencocktail für mich. So. Ah, da kommt was. Da kommt schon mein Herz. Wundervoll. Aber ich glaube, ich nehme lieber das Ding hier. Und nur noch einschalten. Okay. Okay, ganz langsam und vorsichtig. Oh, oh. Ich habe den Patienten etwas getroffen. Oh. Da hat es gewackelt. Wundert mich, dass er nicht an Fluchverlust gestorben ist. Bis jetzt. Ah, ich hänge fest. Okay. Oh, Bob. Was machst du denn? Dein Herz schlägt noch. Ich höre es. Du bist noch nicht tot. Aber es könnte sein, dass der Patient vielleicht einen kleinen Schock bekommen könnte. Wenn wir hier nicht schnell genug fertig werden. So, ich spritze mir dich erstmal nochmal gesund. Spritzen sind gesund. Die halten fit. Sieht man ja beim Fußball immer. Wenn die gespritzt werden, dann hast du sie wieder fit. Aus der Wett. So, das kann schon mal weg. Komm schon, geh ab. Ich weiß, du willst das doch auch. Das geht nicht. Ah. Schockschwere Not. Er wird gleich an einem septischen Schock sterben, wenn wir die Operation nicht schnell genug hinter uns bringen. Oh, ins Fleisch geschnitten. Das ist ungünstig. Rippchen gibt es doch heute auch noch in der Kantine. Und die habe ich gerade entfernt. Haha. Jetzt raus damit. Komm. Es geht nicht raus. Die Lungenflügel wollen nicht raus. Jetzt. Ah, einer ist draußen. Komm schon, du Lungenflügel. Komm schon. Warum geht denn der Lungenflügel hier nicht ab? Jetzt. So, ich brauche ein Skapelle. Oder auch eine Schere alternativ. Aber Skapelle ist natürlich besser. Oh. So, da und da. Dann ist der Magen auch raus. Das Herz hier und dort abgeschnippelt. So muss das sein. Altes Herz weg. Zack. Zack. Und neues Herz rein. So, wo ist denn dann mein neues Herz? Ah, es fährt gerade weg. Ähm, rechts vor links, ja. Immer die Vorfahrt beachten. Wo ist das neue Herz? Wo ist das neue Herz? So, immer ein paar Knochenfragmente raustun, während ich hier auf das neue Herz warte. Ah, da ist es doch schon. Expresslieferungen für Comic, ein neues Herz. Juhu. Erfolg. Ja, Search and Simulator. Wieder mal gemeistert. Es gibt noch keine Alien-Korridortransplantation, möchte ich anmerken. Das möchte ich gerne sehen. Alien-Transplantation bei Lichtgeschwindigkeit auf dem Korridor. Naja, wird es vielleicht später nochmal geben. Also, ihr seht, es gibt verschiedene schöne Operationen bei dieser App. Und, äh, Korridortransplantation mache ich natürlich super gerne, weil ich bin der beste Arzt der Welt. Und, äh, Korridortransplantation sind meine Leidenschaft. Das hat noch kein Arzt vor mir gemacht, deswegen kommen die Patienten vor mir. Denn sie werden vom Zuhause geschoben, da fange ich an zu operieren schon, durch den Korridor vom Krankenhaus. Wenn ich fertig bin, gehen sie gleich aus dem Korridor, aus dem Krankenhaus wieder raus, nach Hause und sind fertig operiert. Also, was will man da für einen Service erwarten? Das ist quasi Drive-In-OP, ja? Drive-In und Drive-Out. Ähm, Nasen-OP to go, sozusagen, ja? Zum Mitnehmen. Na gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, weil es wieder heißt Let's Play Searchen Simulator. Also, der beste Arzt der Welt wünscht euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ruhe jetzt da mit dem Telefon.